Seid's wild! Wladimir Putin, der einzige Präsident eines Landes, der eine eigene Rockergang hat, die für ihn schmutzige Aufträge erledigt. Bei uns wäre das nicht vorstellbar. Eine Rockergang der Kanzlerin, überlegt ihr das? Hä? Die Hells-Angies. Ich mein, das wär... Seid's wild! Mal für einen kurzen Moment! Ja, lasst es raus! Es muss raus, es muss raus!